Schlupbock doch dumme Bitch Seba hat es jetzt ja die Fräschworte ein mit seinem Haus Tauros Tauros kann Auer machen also erstmal ein Reflector ich hasse Tauros hier als Gegner der ist meistens immer decken muss die Hosen und Tauros und dann kommt er einfach mal mit irgendwie Bazookas und Maschinengebärm und Ball hat dich weg das ist ein Hufenheld es pursued mich oh shit alter mein Rasierblatt macht gar nichts hä was ist denn falsch hier pursuit in yourself vielleicht sollte ich nicht mit David 22 kämpfen oh ja aber mein Crowbat ist halt David 30 und ich will das jetzt nicht kämpfen lassen warum ist Golbat so gut und Crowbat und so ja weil ich das sage ich mein Zubat war voll Kaka Pipi und dann sowas coole Pokémons ja mit S sehr wichtig Pokémons Kasi redet mal ein bisschen ich will hier ein bisschen ab ich will hier ein bisschen Abwechslung kasi 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 hat ordino 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 erinnert mich irgendwie immer an die Behinderung keine Rede nicht mehr Kappa hat auch gesagt dass hier ein Ordino ist Marcy redet nicht mehr mit uns Pech wisst du ist doch egal ob Ars Marcy nicht mehr mit uns redet es ist auch nix Neues es ist auch schon die ganzen anderen Netzwerke ist hier bei Revo gewesen aber dass wir Pech haben das macht mich traurig aber es ist echt doof ich will das hier noch gewinnen ein ganz Spaß das wird mich das wird euch jetzt wieder richtig asozial ich will wieder meine Egel Samen haben ey wo ist mein wo ist mein Oh ich weiß dass sie mit ins Team nehmen Oh ganz Spaß weil es aussieht wie du Ne ich habe einen Yanmar gefunden mit einem mäßigen Wesen Yanmar Alles klar Yanmar Wollen er die falsche Fähigkeit Yanmar Welche Fähigkeit hat es denn? Äh Compound Eyes Kripp Dohoto Und welche Fähigkeit soll es denn haben die versteckt ey Nein Warum kritisiert das scheiß für mich Ist das nicht die versteckte? Nein Nein Ich bin Ein Flogel der fliegt Ich bin frei Warte was wolltest du sagen Frisk ist die versteckte Fähigkeit Frisk ist ein Charakter von Undertale Welcher? Der Hauptcharakter Sicher? Ja Gehst du jetzt schon wieder zurück? Hat die dich paralysiert? Ja Nein die hat mein Stoapok gekilleriert und mit dem Crit Aber das läuft hinter dir her Siehst du es gerade an so einer Leine wie im Anime? Ich zieh alle meine Pokémon an alleine Und die sind auch alle tot Hahahaha Ich bewerf die Leute mit meinem Pokémon um sie zu besiegen Mein Reflect faded Nein Erstmal Reflect Nein 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 Oh Belief kriegt langsam auf die Fresse von den Takedowns Von den Dunstbachs Believe in yourself Ja Ja Oh ja Hm 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 Hey zusammen Du bist Du kannst doch nicht einfach das nachmachen Wer hat dir eigentlich beigebracht wie ein Mann? Adolf Hitler zipper Wie kommst du da Achst du da ist noch 1 Tür? Das ist kein da 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 warum hey du kleiner Ficker fick dich selber ey mach's nicht, dann musst du jetzt ein Machtwort sprechen aber dann müsst ihr ja sprechen ach komm, du spielst doch scheiße der Kappa ist ein Noob der Kappa ist ein Noob das ist immer von lustig so am Anfang von dem letzten Mal ich find's toll, dass das Spiel ein bisschen schwerer ist weil das macht mehr Spaß und so da hat man wenigstens mal eine Herausforderung und jetzt ach, ihr Scheiß, B ist allumfährt das mit der Herausforderung hab ich gesagt und ich bin immer noch nicht dagegen ich hatte nur, dass alles paralysiert und ich nicht treffe ich hab gerade nur davon geredet, weil mein Knospigall gefreezt wurde ja, sei froh, dass es nicht gekilleriedert wurde, obwohl es ein Knospigall ist genau mach's, sie dreht durch, mach's, sie dreht durch ah, Gott, um ein Leben spielen wir nachher noch ein bisschen Smash? nein warum nicht? oh jetzt kannst du mit deiner Oma spielen wie jetzt? die kann Smash spielen? die spielt Little Mac oh je ich hab mein Scaraborn gefühlt ich hab keinen Bock oh, bitte setz mich drinnen um ein, was noch nicht funktioniert das heißt ich glaub, Mars hängt bei dem Rätselfest in Team Rocket Base nein, ich bin doch mal ich bin nicht doof hä, wenn man in dem Rätselfest hängt, muss es nicht unbedingt heißen, dass man doof ist du solltest aufhören, irgendwelche das denkst du aber immer du solltest aufhören, irgendwelche Dinge in das, was ich sage, rein zu interpretieren, obwohl ich einfach nur was sag weil es ein Let's Play ist, weißt du? ein Let's Play Bläh und da redet man da redet man blaäh auf deutsch würde das heißen, lass uns blähen richtig das kommt hinten von raus auch nie das kommt hinten von raus raus, lass mal reworden gar nicht das scheiß Ding noch von mir hast der mich grad scheiße getanzt? ich glaub, der hat die scheiße getanzt alter, scheiße jetzt kommen die bösen Wörter witness ist irgendwas oh, die hat nen Dance-Bärs ich will auch nen Dance-Bärs oh, oh, jetzt kommt das Mil-Tank, ich hab ein bisschen Angst ist das so ein Typ Fee, oder nicht? oh, hier ist grad das beste Matchup, Knospen gegen Sonnkirr oh, rate, welche Attacke es einsetzt Explosion das wär sehr cool konntest du so aufhören zu kommen? ii ii oh mein in dem Moment, wo ich's grad ausgesprochen hab, hab mir grad nicht warten drauf haha, ne in dem Moment, wo ich's ausgesprochen hab, wusste ich schon scheiße ja gut, aber wahrscheinlich ist das nicht warte, ich kann doch Roll-Out mit Dick stoppen, oder? ich meine Sonnkirn, ich meine Sonnkirn ist ein Samen hihihi reden wir doch weiter über komische Dinge Dick? ok Milchang hat vier Naples Dick, die dick mein little pony ist sexist haben normale Kühe auch vier Naples? ähm, ich glaub, normale Kühe haben normalerweise nicht nur Naples, sondern die Dinge, wo Milch rauskommt, die Nabalmteile das ist die Weiterentwicklung von Naples achso ok das Arming Voice hat kaum Schaden gemacht, gut also wenn du Naples nochmal, nochmal, nochmal wenn du Naples zu doll trainierst mit daraus Napalm ja Naples sind voll geil ja, es gibt auch noch Maplesirup das ist dann die andere Entwicklung das ist, wenn du es mit einem, ähm, Kanada-Stein entwickelst ja weil, weißt du das? ey was da Bock, aber Profi ey, es gibt auch jemand Profi ha ich hab's gerochen Alter, ich hab so Rotze in der Nase ich auch das ist die ganze Folge, die ich je rausbringe, ey 2018, oder wenn das kommt ich mute mich immer wieder, um mir der Rotze auch zu zähnen ja, ich kann's halt rausschneiden ich hab meine eigene Tutschmur, äh, extra ich auch aber ich hab keine Lust was musst du denn gerade machen ich höre gar nichts an aber ihr könnt meine Rotze nicht rausschneiden jetzt hab ich keine Rotze mehr du stinkst danke, ich weiß bitte ich hab keinen Bock mehr auf dieses scheiß Spiel hihihi ich wusste doch, dass du dann fest hängst okay, ich hab dann das Ende nein das lässt mich mit Slen-Head-Bart wie mehr ich hab keine Ahnung hm wir sollten, wie gesagt, wir sollten nie wieder Smash spielen, wenn wir wüssten, dass wir dann nach Revo aufkommen Mann, der Marci ist schon ne Weile so drauf, keine Sorge ich hab eigentlich keinen Spaß ich bin sauer es hat nichts mit Smash zu tun Marci ist sauer, aber nicht süß das ist korrekt Marci ist ein ich glaub, Marci hat ja einfach heute schon zu wenig Naples Marci ist einer der neuen Gummibären, die mit Salz dran was dann schauen wir auch noch Tim weißt du welcher Gummibär Marci ist? der eine Grumpy Gummibär, der immer diese Schienen reparieren musste okay hm Hyparpochan die hat Milktrink eingesetzt, die dumme Hure oh shit, ich hab Angst die ist bei mir noch in Rollout drin hoffentlich für immer oh ich kann nicht in Crowbett rein, weil was die ganze Zeit einsetzt ist Sand Headbutt oder Rollout oh oh was heißt ich darf jetzt mit Stilings drin bleiben, dass die keine Hand mehr auf bitte ja bitte nicht töten ja okay ich hab gewollt er hat nicht mit Rang eingesetzt ich bin weiter als Terminus was wird noch nicht besiegt 34.000 xp doch hab ich gerade das hat sich grad so angehört wie einer von der ich hab 34.000 xp gekriegt dafür schau mal du hast dich grad angehört wie einer von der Masi halt die Schnauze was willst du selber was ne tschüss nein so weiter was mach ich jetzt ich geh nur aufladen Opfers oh heute hassen sich alle glaube ich ich mag alle aber alle hassen mich wie hast du jetzt besiegt ich mag nur Masi mich nicht Masi hasst mich Masi hasst mich er schreist mich ins Spiel in meinem Spindel was ist denn das für ein Grund du Hund wie hast du die Hure besiegt ich hab sie angesurft und nein ich hab sie davor erst mal konfusioniert dass sie verwirrt ist was aber keiner als ihr erst mal glaube ich geholfen hat oder nur einmal ich hab gerade das beste Plus naja aber wie hast du das Milchang so schnell weg gemacht surfen die hat bei mir keinen doofen Milchdings eingesetzt sie ist ein Rollout drin gewesen und konnte nicht mehr raus ja ist aber bei mir auch so so ihr Rollout misst zurzeit sehr häufig ich bin gerade auch Päusen fängen um sich schwer zu vergiften ich hör hier gleich rum ich hab ein scheiß Päuse gefunden aber kein Scaraborn obwohl mir den Scaraborn angezeigt wird das ist voll schlimm wie da Masi das ist ein Membership Pokémon das findest du nicht richtig richtig irgendwie wird es mir auch hier angezeigt hier oben rechts ja aber es hat einen pink lilanen Namen oder nein doch nein nein vielleicht also Nazalea City ist es ein Membership Pokémon als andere weiß ich nicht ich bin auch hier gerade ich bin im Nationalpark ich bin im Nationalpark ich bin im Nationalpark ich bin im Nationalpark ah diese scheiß wunderschöne ich hoffe ich bin kleine Kinder was wieso ich hab dich das mal angehört ok 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 Crowbat ist echt mein bestes Pokémon ey haa Crowbat ist ein ist 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 aus Half-Life haha ja weil 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 ein Brecheisen ja Wartenprodukt von Half-Life ist ja das gab's noch nie irgendwo anders nein ja stimmt hast du auch recht ich wollte das nur nochmal ausdrücken ja korrekt lecker oh man ich hab die Arena geschafft ich hab einen Polival vernichtet wir haben heute beide was Gutes erreicht ja wie mag dich dein doofes Zubat eigentlich schon so arg dass es sich entwickelt in X-Bat ich glaub Zubats entwickelt sich nicht in X-Bat doch mit nem Sonderbonbon in TCG vielleicht ja haa ich will nicht wechseln du bist mit Tobi Huren die Münchner für gewinnen wir müssen noch mal gegeneinander spielen irgendwann ja hallo du hast mich angesprochen jetzt lass kämpfen Tobi Huch halt dann einfach mal ein fucking Donnershock von nem Raichu auf mein Golbat wieviel Schaden macht das fast gar nichts höchstens einsechst ja weil Golbat awesome ist wie wie kann das so tanky sein verter grad der ja natürlich so tanky ist das gar nicht man hat das immer Glück mal wie funktioniert das ach das hat das hat nicht mehr so viel HP ich verstehs nicht ist einfach zu gut ja deswegen ist das ich auch auf Level 30 wo meine anderen beiden noch auf Level 20 waren ja ein Pony wirr ja wanna see my Pichu oh je die will mir ihr Pichu zeigen äh ich würd aufpassen vielleicht redet sie jetzt nicht über ein Tokema ja richtig oh man ich hab Angst auf die ist bestimmt noch nicht alt genug geht doch wo ist die Polizei rett aber heller jetzt oh das ist doch B ein jeder der durch oh da kommt doch mit seinem boah du hast alles gut Pokémon dann direkt Stern ja es kann bloß nichts weil es scheiße ist ich setz jetzt Schaufel auf Pikachu eine gucke ey Raichu ok lass mich erstmal Tailwind das wird dir nicht viel bringen weil du wahrscheinlich speziell an ganz aber egal so Schaufler Macht wohlgemerkt Step Ultra Effective Ultra Effective One Hit und ich bin paralysiert Stalos was ist falsch mit dir hör auf dich paralysieren zu lassen ach ne ich bin verbrannt ach ne das tut weh als darfst mir weh zu tun das zieht so viel Feuer ich fahre jetzt von schlichte ihn ans Ende der Welt bye bye Magma Stalos ich hab gesagt Pokéball hör so viel schon los sag doch Magma was muss ich jetzt machen hast du den oben links in dem Rätselteil besiegt ja dann kannst du jetzt mit dem Polizist reden hä der wo ist ja da wo Whitney ist hä da wo draußen vor dem einen Gebäude da ja das ist so klein vor dem einen Gebäude zum Glück ist du Katia City nicht so groß ha aber wenn ich von dem Polizisten rede dann gibt es da nicht so viel nein ich weiß es gibt nur ein Kappa Mom hast du das nicht gesagt was da ist Cole und der ist ein Feuerbretter ja du wenn du das jetzt siehst du bist ein Opfer weil du bist ein Feierbretter ja das ist eigentlich halt irgendein fieses Pokémon was mein ganzes Team vernichtet du kennst mich du kennst mich wahrscheinlich nicht aber du bist ein Opfer mhm Hallo Cole ist mein bester Freund ja und wir dienen immer mit Hauendum ist doch gut dass du ein Opfer als Freund nimmst ja gut für das Opfer das ist wie du das mag mal okay Marcy komm runter hierher ja ich weiß wo ich hin muss du gehst falsch runter runter ja jetzt wir auch und hier längs hier links 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 ja weiß ich genau brav Marcy Du und dein Traumato, tu bitte Keine Kinder misshandeln Was? Marci hat einen Traumato, ich glaube, der will Kleine Kinder misshandeln gehen Das ist doch das, worüber man Traumato kennt, oder? Was kann ich jetzt die Arena machen? Ja, wenn du mit Whitney geredet hast Auch mit dem Polizisten Ja, hab ich jetzt Wie kannst du mir nur sagen, was ich wissen wollte Du bist so ein Asch Warum sagst du mir überhaupt was? Fähigkeiten hier, weiße Statik Flammenkörper Alles Bullshit Die sollte man alle verbrennen Mit Flammenkörper Ja, echt, hey Und jetzt ein Poké Center, yeah Also erst mal fertig hier Was wollen die tappen? Sorry to stop you from your road You desperately need some pizza Machu Picchu Ich muss jetzt Ich muss jetzt irgendeine Mail Jemandem bringen Oh, doch nicht Was ist das für Story Zeugs? Geh raus aus, du kannst ja Das macht dich nur fertig Alter, Stahl aus Wiggle Zu geil hinter mir her Wo muss ich das bringen? Hinbringen Kappa, kappa, kappa Kappa, kappa, kappa Kappa, kappa, kappa Kamelea Kappa Kappa, 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 kappa Kamelea Kappa 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 mutet sich Kappa, 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 kappa Achso Wo muss ich das hinbringen? Ich hab's nicht gelesen Der ist an den Bullen vorbei Ja, sag mal was die Bullen sagen Warte, warte, warte Ich hab's auch weggelegt Der Spiroad holds the Mail Please hurry up Oh nee Please hurry up Oh nee Warte Goldenrod Town haben die irgendwas gesagt Aber wo? Fuck Ich red mal mit dem anderen Mh Kappa, wir brauchen Hilfe Kappa Wir sind beide dumm Kappa Wherever you go Kappa, kappa, kappa Kappa Ha Die lassen mich nicht mal durchs Gras Um den zerschneiderbusch wegzumachen Richtig Es ist voll schlimm Warte, was mach ich jetzt? Ich weine jetzt los Und scheiß mir in die Haus Alter, läck mich doch ab Michael, du willst bestimmten Brief Michael? Ah 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 Nö Nö Und dann ist das noch voll das beschissenen Habitag Wieso sind die alle so beschissen? 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 Ich war auf einer Breck Grrrr, das ist nicht nur einer Breck Weißt du, wer sich auf einer Breck Ja, unten rechts und rechts Der Polizist, wo du bei den Fahrrädern bist Okay Danke Bist'n Schatzi Dafür hassen wir jetzt beide Kappa Weil er es uns nicht sagen wollte Hat er mir gerade eben ein Pokémon geschenkt? Oder hat er nur das zugegeben wegen der Quest? Wir haben ein Sparrow für Light geschenkt bekommen Mal schauen Wow Ein Timmel Sparrow Ja, ein Sparrow Was wird mir irgendwie geschenkt gegeben? Was wird mir gewesen? Ein Hardy Was ist Kappa? Was war mit mir? Du warst nicht da und hast uns einfach gehasst und ignoriert Ja, wir mussten selber was rausfinden, das war ekelhaft Genau Machst du was nie wieder Was ist gerade Pukicenter? Ich dachte über den Pokémon Trainer Hä? Ja, Klasse, wir Trainer Aber wir sind keine Drehzeltrainer Spiro woanders sind, Leute Ich hab ja nicht mehr als Garaborn gefunden, ist da bitte drin Ich hoffe, er ist fäßig Hä, das wäre noch ein Giff Du bist so ekelhaft Du bist so ekelhaft Ja, behalten wir dich auch, aber nicht benutzen Hier sind Nidorans, aber ich hab schon so viele Warte, ich hab schon ein Gift Pokémon Warte, ich hab schon mal